Hier kommt er, der Herrscher der Weite, König der Hunnen, Sohn des Buntschuk und Neffe des Huldis, wirklich Attila. Du hast den König dienen, bis du Schmerz spürst. Das sind zwar sehr, sehr viele Mitglieder hier aus dem Stadtteil, die sich dann auch mal hier in der Kneipe sehen, auf der Straße. Bevor ein falscher Eindruck entsteht, Hunden treffen sich nicht nur in Kneipen oder bei Alkohol. Das Besondere ist, glaube ich, dass wir alle gut hier zusammenstunden und sowas wie Hunden gab es hier noch nicht. Und ich glaube, da sind wir gut reingeschlettert und sind direkt vom ersten Jahr an gut angekommen. Und heute, glaube ich, gar nicht mehr wegzudenken. So, drei, vier, fünf Mann vorne dran. Als Karnowalsverein, das ist jetzt nicht so typisch Garde, so mit Röckchen und Tanzen oder so, sondern das ist ja sowas Hartes. Und manche Leute, die ganz Siegburg findet uns ja fantastisch, das, was wir immer machen und so, wie wir aussehen. Schau hoch, wie prächtig meine Jogte ist. Was willst du mehr? Was ist jetzt? Untertitelung des ZDF, 2020